Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Regelerklärung zu PAMPERO. PAMPERO, dem neuen Expertenspiel für ein bis vier Spieler von Skellig Games. Wir versuchen mit Hilfe von sauberer Energie Geld zu verdienen und ich erkläre euch das Ganze anhand einer Zwei-Spieler-Partie. Viel Spaß und bis gleich. Ich habe hier das Spiel einmal für zwei Spieler aufgebaut. Der Aufbau sieht folgendermaßen aus. In der Mitte legt ihr das große Spielbrett hin. Ihr habt hier oben eine Zone für die Spielereihenfolge. Die lost ihr am Anfang aus und jeder bekommt hier so eine kleine Scheibe. Ich habe hier das für zwei Spiele aufgebaut. Wir haben hier einen Platz, wo Bulldozer später hinkommen. Da komme ich gleich nochmal zu. Das ist quasi ein öffentlicher Parkplatz für Bulldozer. Dann haben wir hier einen Sektor oder einen Bereich, bei dem wir hier solche Solaraufträge, Solarplättchen hinlegen am Spielbeginn, die wir dann nach und nach erfüllen können. Wir haben hier eine Zeitleiste. Dieser Bereich hier zeigt an, wie weit das Spiel fortgeschritten ist. Hier legt ihr jeweils eine eurer beiden Scheiben hier auf das erste Feld und derjenige, der Startspieler ist, legt seinen Marker nach oben. Dann haben wir hier solche Wertungsplättchen. Da ist am besten startet ihr mit diesen beiden Startwertungsplättchen in der ersten Partie. Später könnt ihr dann aber andere Wertungsplättchen nehmen. Die sind immer mit Römisch 1 und Römisch 2 gekennzeichnet. Solltet ihr die Startplättchen nehmen, müsst ihr hier das so hinlegen, dass dieser A und hier ABC sichtbar ist. Bei den anderen würdet ihr dann das so hinlegen, dass das Kreuz oder das X und der Haken sichtbar ist. Und dann haben wir hier noch zwei Entwertungsplättchen, auch Römisch 1, Römisch 2, die dann für die Entwertung wichtig sind. Wir haben hier Auslandsmarktkarten, einmal für Argentinien und einmal für Brasilien. Da deckt ihr jeweils drei auf und den Stapel legt ihr dann hier auf dieses entsprechende Feld. Dann haben wir hier sechs Batterien pro Person, von denen jeweils jeder Spieler gleich zu Spielbeginn eine Batterie in seinen Startvorrat bekommt. Das mache ich jetzt einfach direkt schon mal. Dafür nehme ich die hier einmal raus. Und dann haben wir hier in der Mitte diese große Uruguay-Karte, die in verschiedene Zonen und Sektoren unterteilt ist. Die sind in die Zone A, B und C unterteilt. Und die einzelnen Zonen sind noch in A1, A2, A3, B1, B2 unterteilt. C ist eine Zone und ein Sektor zugleich. In diesen Zonen finden wir verschiedene Vertragsplättchen. Das sind diese eckigen Plättchen. Das sind alles Vertragsplättchen und die werden unterschieden einmal in Standardvertragsplättchen. Die haben jeweils die Zonennamen hier drauf oder die Zonennummer. A1 Vertragsplättchen gehören zu A1, A2 zu A2 und so weiter. Die verteilt ihr hier zufällig offen am Anfang des Spiels. Und dann haben wir hier noch so Verbindungsplättchen auf diesen runden Markern. Die verteilt ihr auch zufällig immer mit dem jeweiligen richtigen Buchstaben. Da müsst ihr dann einmal drauf achten. Dann haben wir noch Fernvertragsplättchen. Das sind diese braunen hier. Die legt ihr auch auf die entsprechenden Felder. Die haben ja keine Zonenzuteilung. Die könnt ihr einfach so hinlegen. Jeder Spieler startet außerdem mit einem Windpark hier in der Zone A2 und mit einem Strommast und mit einem Bulldozer neben diesen Baufeldern, die wir hier sehen. Diese runden Felder mit den Strommasten und den Windparks, das sind dann Baufelder, die ihr benutzen könnt. Und ja, hier sehe ich gerade noch zwei Vertragsplättchen vergessen. Die müsst ihr natürlich dann auch abdecken. Ihr müsst auch gucken im 3- oder 4-Spielerspiel. Also im 4-Spielerspiel sind manche mit 4p gekennzeichnet. Die dürftet ihr dann nicht überdecken. Ja, aber grundsätzlich sieht so der allgemeine Aufbau aus von der Karte. Dann haben wir hier noch Karten. Wir haben hier noch zusätzliche Aktionskarten als Auslage. Da legen wir drei offen aus und den Stapel daneben. Und wir haben hier noch so Wertungskarten. Da legt ihr auch drei offen aus und den Stapel daneben. Wir haben noch so ein Bonusplättchen, was wir später benutzen. Das können wir auch hier neben diese beiden Leisten legen, die wir bereitlegen. Die sind vielleicht noch wichtig später. Und wir haben hier noch das Geld als allgemeiner Vorrat und diese Kreditplättchen. Dann haben wir noch ein Tableau und zwar das Strommastbonusplättchen-Tableau. Da legt ihr auch je nach Buchstabe, also für Sektor A, B und C, die Plättchen zufällig aus. Es sind immer pro Sektor 2, die frei bleiben. Ihr könnt aber auch gucken in Anleitung, gibt es so einen vorgefertigten Aufbau, den ihr nutzen könnt. Ihr könnt das aber auch einfach zufällig verteilen auf dieses Tableau. Dann bekommt jeder Spieler natürlich auch noch Komponenten. Machen wir das hier mal anhand des gelben Spielers. Jeder Spieler bekommt 25 Dollar. Ja, es ist das Uruguayische Dollar. Drei Aktionsmarker, sieben von diesen Hakenplättchen, mit denen wir später solche Verbindungen abdecken können. Jeder bekommt seine acht Startaktionskarten. Jeder bekommt hier ein Startverbindungsplättchen. Und jeder bekommt die besagte Batterie. Außerdem haben wir ein Unternehmenstableau. Das legen wir vor uns aus. Und wir haben ein Netztableau, was wir hier an die Seite legen. Dort legen wir die Einkommensmarker hier auf die Startplätze. Wir haben die Strommasten hier, die übrigen. Denn das erste Feld ist ja frei, weil wir das schon auf dem Board haben. Wir haben hier die Windpacks und Bulldozer im Vorrat. Und wir haben hier diese Transformatoren hier an unserem Grid. Und die sind nach Spalte, ja, sortiert. Ihr braucht das aber tatsächlich, braucht ihr die Nummern nur bei bestimmten Wertungsplättchen, wenn diese im Spiel sind. Wenn die nicht im Spiel sind, könnt ihr das theoretisch auch beliebig verteilen. Ist ein bisschen nervig, das aufzubauen. Außerdem haben wir einen Energiemarker, der hier bei 1 startet. Und soweit ist dann der Aufbau abgeschlossen. Das Spiel wird über eine nicht definierte Anzahl von Runden gespielt. Es wird so lange gespielt, bis alle Spieler das letzte Feld dieser Zeitleiste erreicht haben. Und dann kommt eine Endwertung. Zwischendurch haben wir zwei Zwischenwertungen. Und wer am Ende dann das meiste Geld gesammelt hat, der hat gewonnen. Der Rundenablauf ist relativ einfach. Die Spieler haben immer genau eine Aktion, wenn sie an der Reihe sind. Die Spielereihenfolge wird hier durch diese Reihenfolge bestimmt. Und wenn sie an der Reihe sind, dann nehmen sie einen von ihren Aktionssteinen, setzen den auf ein freies Aktionsfeld, damit sie wissen, wie viele Aktionen sie schon gemacht haben. Und dann können sie genau eine von drei Aktionen auswählen. Das machen wir so lange, bis alle Spieler hier ihre Steine gesetzt haben. Danach kommt noch eine Konsolidierungsphase. Und dann beginnt auch schon wieder eine neue Runde. Das machen wir so lange, bis das Spielende eingeläutet wurde. Und dann wird ausgezählt, wer gewonnen hat. Und dann kommen wir eigentlich auch zu den einzelnen Aktionen. Und anhand der einzelnen Aktionskarten möchte ich euch ganz gerne die einzelnen Aktionen vorstellen. Und zwar ist es so, wenn ein Spieler an der Reihe ist, dann ist seine Standardaktion, dass er eine Karte ausspielt und dann die jeweilige Aktion der Karte macht. Das ist hier die erste von drei Möglichkeiten. Auf die anderen zwei Möglichkeiten würde ich dann später noch eingehen, wenn wir die ganzen Aktionen durchgegangen sind. Das erste, was ein Spieler sich überlegen muss, er muss überlegen, ja, welche Aktionskarte spielt er denn jetzt? Und je nachdem, welche Aktionskarte er spielt, hat er dann unterschiedliche Möglichkeiten, verschiedene Aktionen zu machen. Wichtig ist außerdem auch, wohin er die Aktionskarte spielt, denn er hat hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Er kann entweder die Aktionskarte in den oberen Slot spielen oder er kann die Aktionskarte in den unteren Slot spielen. Und man muss immer den nächstfreien Slot links benutzen. Das heißt, man muss sich von links nach rechts vorarbeiten, hier bei diesen Slots. Und je nachdem, wohin er die spielt, kann er auch seine Aktionen nur in unterschiedlichen Sektoren machen. Das seht ihr hier an diesen Slots, dass zum Beispiel diese Slots hier oben immer für A und später auch für B vorgesehen sind. Und die Slots hier unten sind immer für B und C vorgesehen und später in den späteren Slots dann nur für C. Das heißt, ja, wenn ich jetzt eine Aktionskarte spielen möchte oder eine Aktion machen möchte, dann überlege ich mir, wohin ich die spiele. Fangen wir einfach mal an mit der Aktionskarte einen Strommast bauen. Diese Aktionskarte, ja, die könnte man jetzt einfach hier nach oben spielen und dann sieht man, dass folgende Dinge aufgetreten sind. Erstmal zeigt mir das A, wohin ich diesen Strommast bauen darf. Und zwar einfach nur in Sektor A. Dann gibt es hier eine Voraussetzung. Das ist das, was über dem A steht. Die Voraussetzung ist, dass ich 8 Dollar zahle und dass ich vor allen Dingen einen Bulldozer habe, den ich dann nach der Aktion bewegen muss. Das bedeutet, dieser Pfeil und dieser Bulldozer. Hier ist auch noch eine Bedingung, an die Bedingung ist auch noch geknüpft, dass ihr, ja, hier die Bedingungen unterschiedlich erfüllen könnt. Ihr könnt zum Beispiel, anstatt auch hier diese 8 Dollar zu zahlen, könnt ihr auch Batterien ausgeben. Das suggeriert euch hier unten dieses Minus-Dollar-Slash-Batterie-Zeichen. Und auf der Karte ist auch genau angegeben, wie viele Batterien ihr zahlen müsstet. Und zwar eine Batterie, weil wir hier in der Zone A bauen möchten. In Zone B wären es 2, in Zone C wären es 3 Batterien. Außerdem sagt uns auch die Karte, ja, ob die Voraussetzungen von uns selber zu erfüllen sind oder ob wir auch Infrastruktur eines Gegners nutzen können. Das bedeutet hier dieses Männchen oder, ja, dieses Pantheon-ähnliche Gebäude. Das heißt, diesen Bulldozer, den wir hier als Voraussetzung brauchen, um einen Strommast zu bauen, das kann unser eigener Bulldozer sein. Das kann aber auch ein Bulldozer des Gegners sein. Das bedeuten hier diese beiden Symbole. Und natürlich ist es so, wenn ich den Bulldozer eines Gegners benutze, dann muss ich auch ihm das Geld geben beziehungsweise ihm auch die Batterien geben, die ich für diese Bauaktion zahle. So, und jetzt können wir hier einen Strommast bauen. Wir schauen einfach mal aufs Brett. Wir haben hier einen Bulldozer. Wir sind der gelbe Spieler. Wir haben hier einen Bulldozer auf einem Feld, auf dem wir einen Strommast oder einen Windpark bauen dürfen. Ja, und dann bauen wir doch einfach mal einen Strommast. Dafür müssen wir acht Geld zahlen. Die nehmen wir einfach aus unserem Vorrat, nehmen uns dann Wechselgeld zurück, acht Geld bezahlt. Dann nehmen wir uns den am weitesten links befindlichen Strommast. Das ist auch immer ganz wichtig. Ihr müsst die Strommasten immer von links nach rechts bauen. Und wir stellen ihn auf dieses Feld und haben damit einen Strommast gebaut. Außerdem müssen wir jetzt am Ende der Aktion noch unseren Bulldozer weiter bewegen. Und zwar dürfen wir immer für jeden Pfeil, der hier unter diesem Bulldozer abgebildet ist, den Bulldozer innerhalb der Region zu einem anderen Feld bewegen. Es muss ein freies Feld sein, vor dem noch kein anderer Bulldozer steht oder auch noch kein Gebäude draufsteht. Oder zu einer angrenzenden Region, zu einem angrenzenden Sektor bewegen. Ja, und hier ist alles besetzt in A2. Und dann gehe ich einfach mit meinem Bulldozer hier auf dieses Feld A1. Und nun bekomme ich hier als Bonus noch zwei Strommastbonusplättchen. Diese Strommastbonusplättchen kann ich mir von diesem Strommastbonusplättchen-Tableau aussuchen. Und zwar muss ich jetzt von diesen zwei Plättchen, die ich hier nehme, in welcher Region ich eigentlich diesen Strommast gebaut habe. Ich habe den jetzt in Region A gebaut. Das heißt, ich darf nur zwei Plättchen aus dieser Region A nehmen. Hätte ich einen Strommast in Region B genommen, dürfte ich es aus A und oder B nehmen. Bei C dürfte ich das aus einem beliebigen Bereich nehmen. Außerdem gibt es noch eine Einschränkung. Ich darf die Strommastbonusplättchen nur nehmen, wenn sie orthogonal zueinander, also an einer Kante angrenzend zueinander sind. Ich könnte auch ein Plättchen nehmen hier und einen angrenzenden Bonus. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel, nehme ich zwei angrenzende Plättchen. Ich könnte jetzt, ja, nehme ich mal das Plättchen hier und ich nehme das Plättchen. Die nehme ich mir einfach von diesem Strommastbonusplättchen-Tableau. Ich könnte natürlich auch Boni nehmen, die hier angrenzend zueinander sind. Dann bekomme ich einfach nur die Plättchen nicht. Und diese Plättchen muss ich jetzt hier auf mein Tableau legen, auf die entsprechenden Felder. Das sind diese beiden. Falls diese Felder schon belegt sind, kann ich das Bonusplättchen auch neben das Feld legen. Falls beide Felder dann auch schon belegt sind, muss ich das Bonusplättchen abwerfen und ich bekomme den Bonus nicht. In diesem Fall bekomme ich hier zwei Instantboni. Das ist hier markiert durch diesen Blitz. Einmal bekomme ich hier, dass mein Einkommensmarker um einen steigt. Und zwar dieser hier, das ist der Einkommensmarker für Fremdverträge. Und ich habe hier noch einen Bonus. Da bekomme ich einen neuen Bulldozer oder ich darf einen Bulldozer zweimal bewegen. Ja, ich setze lieber einen Bulldozer. Wenn man einen neuen Bulldozer einsetzt, kann man ihn auf ein beliebiges Feld der Karte setzen oder hier auf diesen Parkplatz. Dieser Parkplatz ist übrigens dazu da, dass, ja, falls man kein freies Feld findet, man, ja, den Bulldozer auf jeden Fall auf diesen Parkplatz setzen kann. Und dieser Parkplatz ist dann auch angrenzend zu jeder Region. Es gibt auch hier die Möglichkeit, Bulldozer auf diese Felder zu setzen. Das lockt euren Bulldozern. Ihr bekommt ihn auch bis zum Spielende nicht wieder. Ihr bekommt dafür aber einen Bonus, wenn ihr das macht. Aber ich habe jetzt einen neuen Bulldozer bekommen. Diesen setze ich, sage ich mal, hier auf dieses Feld bei A3. Damit habe ich die komplette Aktion durchgeführt und der nächste Spieler wäre jetzt an der Reihe. Genau. Und das ist im Grunde genommen die Aktion Strommastbauen. Dann kommen wir zur nächsten Aktion. Da möchte ich ganz gerne mit euch einen Windpark bauen. Das ist diese Karte. Mit dieser Karte baut ihr einen Windpark hier in Uruguay. Diese Karte müsst ihr auch wieder in einer eurer Slots spielen. Entweder hier oben auf das nächste Freifeld oder hier unten. Und auch hier schalte ich mich für den oberen Slot. Ich möchte in Region A jetzt, weil ich die Karte so gelegt habe. Später kann ich auch die Karte so legen, dass entweder A oder B sichtbar ist. Aber ich möchte jetzt hier einen Windpark bauen. Außerdem kann ich zusätzlich zu diesem Windparkplättchen oder zu diesem Windpark hier ein Verbindungsplättchen, was ich in meinem Vorrat habe, mit auslegen. Ich könnte hier zum Beispiel dieses Verbindungsplättchen, was ich von Beginn an habe, auf eine Seite drehen, es da drauflegen und dann bekomme ich zusätzlich diesen Bonus. Ich muss jetzt hier, um einen Windpark zu bauen, wieder Voraussetzungen erfüllen. Diesmal kann ich das nicht in Batterien zahlen. Ich muss es in Dollar zahlen. Aber ich kann auch theoretisch wieder einen fremden Bulldozer benutzen. Ich muss hier 6 Dollar zahlen. Ja, das mache ich. Ich gebe einfach Geld in den Vorrat. Bekomme dann die Möglichkeit, hier dieses Plättchen zu bauen. Auf A. Ich brauche einen Bulldozer. Und da ich ja zum Glück einen Bulldozer hier auf A1 gestellt habe, kann ich diesen Windpark hier bauen. Ich muss natürlich auch wieder meinen Bulldozer danach weiter bewegen, entweder in der gleichen Zone, im gleichen Sektor oder zu einem angrenzenden Sektor. Und ich habe diesen Windpark gebaut. Außerdem bekomme ich hier eine Energie als Bonus. Und dann bekomme ich zusätzlich, weil ich jetzt einen Windpark gebaut habe, und dazu sind Windparks im Grunde genommen da. Sie sind dazu da, Energie zu erzeugen. Hier so viel Energie, wie hier an der Seite angegeben ist. Denn hier führt eine grüne Linie zu diesem Energiefragezeichen. Im Gegensatz zur anderen Karte, die wir hier hatten, wo es ein X gab, da hat man keine Energie produziert. Aber hier bekomme ich dann noch zusätzlich eine Energie, die ich auch wieder abtragen kann. Und ja, die Slots hier oben bringen wenig Energie. Aber wenn ihr einen Windpark zum Beispiel in Zone C baut, dann bekommt ihr schon vier Energie pro Windpark. Ja, und das ist im Grunde genommen jetzt auch wieder die Aktion. Ich habe Geld bezahlt, ich habe hier einen Bonus bekommen, ich habe einen Windpark gebaut und habe dadurch Energie erzeugt. Dann kommen wir zu der Karte, mit der ihr Verträge erfüllen könnt. Mit dieser Karte könnt ihr entweder einen Standardvertrag erfüllen oder ihr könnt einen Fernvertrag erfüllen. Das bedeuten diese beiden Symbole hier. Es ist so, dass ihr ja auch die Karte wieder mit einer Aktion, ihr müsst natürlich jedes Mal irgendwie eine Aktion opfern, hier in einen Slot spielt. Und dann seht ihr auch schon wieder, je nachdem, wo ich es hinspiele, gilt diese Karte für eine bestimmte Zone. Jetzt spiele ich die hier hin und jetzt möchte ich einen Vertrag in Zone A erfüllen. Ich habe hier eine Voraussetzung und zwar diesmal ist die Voraussetzung, dass in dieser Zone auch ein Strommast sein muss. Und ja, das gilt quasi nicht für die Zone, sondern sogar für den Sektor. Also ich muss in diesem Sektor, den ich jetzt erfülle, einen Strommast haben oder jemand anders hat einen Strommast, den ich dann benutzen kann und dann muss ich den Gegner wieder bezahlen. Und Energieproduktion habe ich hier nicht. Das ist hier wieder mit dem X abgekreuzt. Und jetzt suche ich mir einen Vertrag aus, den ich erfüllen kann. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier Verträge zu erfüllen. Es gibt einmal diese Fernverträge. Auf diesen Fernverträgen steht immer drauf, wie viel Energie ihr quasi liefern müsst. Also es geht immer darum, dass ihr hier Energie ausgeben müsst oder auch Batterien ausgeben müsst bei den Fernverträgen. Das steht dann drauf. Also zum Beispiel, ja, ich könnte diesen hier, diesen Fernvertrag erfüllen. Da müsste ich eine Energie für ausgeben und eine Batterie für ausgeben. Das mache ich jetzt einfach mal. Also das heißt, ich möchte diesen Fernvertrag hier erfüllen. Den nehme ich mir. Ich gebe hier eine Energie aus, indem ich das hier abtrage und ich gebe meine Energie, meine Batterie hier wieder in den Vorrat zurück. Und dafür bekomme ich jetzt diese beiden Boni. Und zwar bekomme ich drei Schritte mit diesem Fernvertragseinkommensmarker. Diese Einkommensmarker, da komme ich dann auch noch zu, die sind dazu da, dass wir Geld generieren. Und jetzt muss ich diesen Vertrag hier in mein Netztableau legen. Und da kommen wir dann auch zu diesem Netztableau und zu dem, was freigeschaltet ist auf unserem Netztableau. Und zwar ist es wichtig, dass ihr Strommasten baut, um einzelne Spalten von eurem Netztableau freizuschalten. Das Ganze ist hier auch so ein bisschen farblich markiert, welche Spalten ihr mit welchem Strommast freischaltet. Das heißt, wenn ich einen Vertrag hier jetzt erfülle, dann gegen einen Transformator austausche. Denn diese Transformatoren, die muss ich aufs Board stellen, da wo ich den Vertrag hier genommen habe. Dann muss die Spalte freigeschaltet sein. Und am Anfang haben wir drei Möglichkeiten. Also wir müssen hier bei einer dieser drei Pfeile anfangen. Und ja, ich könnte jetzt zum Beispiel hier diesen Transformator aus Spalte 1 nehmen. Dann lege ich den Vertrag rein und den Transformator, den stelle ich dann hier auf diesen Vertrag. Und jetzt ab jetzt muss ich quasi die weiteren Verträge, die ich erfülle und hier reinlege, immer angrenzend zu diesem ja schon bereits reingelegten Vertrag hier reinlegen. Ich muss mich quasi hier so ausbreiten. Ich darf aber immer nur Transformatoren-Spalten benutzen, bei denen ich den Strommast schon gebaut habe. Das heißt, hier diese dritte Spalte, die dürfte ich noch gar nicht benutzen. Da dürfte ich Transformatoren noch gar nicht rausnehmen, weil ich diesen Strommast noch nicht gebaut habe. Und das Gleiche gilt auch für eure Einkommensmarker. Wenn ihr die im Laufe des Spiels hier vorsetzt, dürft ihr die nie über eine Spalte setzen oder auf eine Spalte setzen, für die ihr den Strommast noch nicht gebaut habt. Also im Moment dürfte ich maximal bis zu diesem grünen Punkt hier gehen. Es gibt hier auch noch einzelne Boni. Wenn wir hier voranschreiten, komme ich vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir uns dieses Stromnetztableau nochmal genauer angucken. Aber im Grunde genommen habe ich jetzt einen Vertrag erfüllt, in dem ich hier ein Vertragsplättchen reingesetzt habe. Ich habe die Voraussetzungen erfüllt. Das ist es. Ich könnte auch einen Standardvertrag erfüllen mit dieser Karte. Das ist dieser Standardvertrag. Und diese Standardverträge, das funktioniert so ähnlich. Ihr habt hier auf dem Brett verschiedene Standardverträge. Und da seht ihr immer an dem Standardvertrag, an dieser Linie, wie viel Energie ihr quasi ausgeben müsst für diesen Standardvertrag. Und jetzt gibt es drei verschiedene Arten von Fällen. Es gibt einmal Standardverträge, die hier so einzeln ausliegen. Da müsst ihr einfach die Energie zahlen. Da nehmt ihr euch das Plättchen und legt es auf euer Board. Ersetzt es mit einem Transformator. Bekommt hier Einkommensschritte mit euren Einkommensmarkern. Das ist ganz normal. Dann gibt es solche verlinkten Aufträge. Diese verlinkten Aufträge könnt ihr, wenn ihr einen Standardauftrag erfüllt, quasi im Doppel erfüllen. Also ich könnte jetzt hier zwei Energie ausgeben, um diesen Vertrag zu erfüllen. Und dann könnte ich noch weitere zwei Energie ausgeben, um diesen Vertrag zu erfüllen. Ich würde die beide hier wieder in mein Netztableau legen und mit Transformatoren auswechseln. Ich brauche aber auch dann zwei Strommasten. Das heißt, ich muss auch die Voraussetzungen und ich muss auch die Kosten doppelt bezahlen. Dann ist es quasi im Grunde genommen eine Doppelaktion, die ihr dann mit einer Aktion machen könnt. Das lohnt sich vor allen Dingen, wenn ihr später hier auf den späteren Slot seid, bei dem die ganze Geschichte nicht so viel Geld kostet. Dann gibt es noch solche Oder-Felder. Das haben wir hier zum Beispiel bei B2. Da könnt ihr euch quasi einen von diesen beiden Verträgen aussuchen, den ihr erfüllt und der andere wird dann abgeworfen. Das ist nochmal eine kleine Besonderheit. Außerdem gibt es die Möglichkeit, durch dieses Erfüllen von Verträgen diese Verbindungsplättchen hier freizuschalten. Das heißt, der Spieler, der quasi das letzte Plättchen, was angrenzend hier zu diesem Verbindungsplättchen ist, freigeschaltet hat oder erfüllt hat, das letzte Vertragsplättchen, der bekommt dann dieses Verbindungsplättchen, welches er dann ja im Laufe des Spiels benutzen kann, um es hier auf seine Karten zu legen, um dann ja einen Bonus zu erlangen, wenn er hier so eine Karte ausspielt, auf der er ein Verbindungsplättchen legen kann. Aber es ist wirklich immer nur der letzte Spieler, der quasi das letzte Plättchen nimmt und dieses Verbindungsplättchen freimacht. Das sieht man hier auch an den roten Linien, an diesen Verbindungsplättchen. Das zu den Standardaufträgen, das zu diesem Netztableau, wie das funktioniert und dann kommen wir zur nächsten Aktion. Die nächste Aktion ist im Grunde genommen ein Auslandsauftrag erfüllen. Das ist diese Weltkugel hier. Auf dieser Karte sehen wir, dass wir einen Standardauftrag erfüllen können oder einen Auslandsmarktauftrag. Wir kümmern uns mal hier um diesen Auslandsmarktauftrag. Auch hier, wir brauchen wieder einen Strommast in dem Sektor. Es zeigt wieder an, wo wir das machen wollen. Wir müssen wieder Geld bezahlen. Und dann seht ihr, dass wir hier einmal eine Verbindung haben. Also in B2 müssen wir einen Strommast haben oder irgendjemand anders einen Strommast, dem wir dann Geld bezahlen, damit wir so eine Karte erfüllen können. Oder wir haben hier in B1 quasi angrenzend zu Argentinien diese Möglichkeit. Und dann ist es so, dass wir die Anzahl von Batterien ausgeben, die auf einer von diesen Karten zu sehen sind. Das sind immer zwischen drei und vier, glaube ich. Und dann bekommen wir Geld dafür. Wir bekommen keine Einkommensschritte, so wie bei den anderen Verträgen mit unserem Einkommensmarker. Also wir bekommen direkt Geld. Und zwar immer 10 Dollar. Beziehungsweise es gibt auch Karten, wo das nicht so ist. Aber meistens sind es 10 Dollar. Und dann so viel Einkommen, wie auf dem jeweiligen Einkommensmarker hier, der hier abgebildet ist, das Einkommen vorangeschritten ist. Also guckt ihr halt in der jeweiligen Spalte und dann schaut ihr, wie viele Dollar ihr dafür bekommt. Also wenn ich jetzt einen von diesen Aufträgen erfülle, dann würde ich hier für jeden einen bekommen, weil meine anderen Einkommensmarker hier alle auf 1 sind. Dann nehmt ihr euch die Karte und legt die bei euch irgendwie hin. Diese Symbole auf der Rückseite der Karte, die zählen dann auch später für die Wertungen. Da komme ich dann gleich nochmal zu, wenn es zu den einzelnen Wertungen geht. Ihr deckt wieder eine neue Karte auf. Und das ist der ganze Spuk. Dann gibt es noch eine weitere Aktionskarte, die uns einen Kredit aufnehmen lässt. Wenn wir diese Karte spielen, die können wir auch irgendwo hinspielen, auch nach oben oder unten. Diese ist nicht an einen Sektor gebunden, deswegen ist die grau markiert. Aber es lohnt sich meistens quasi die Karte hier unten hinzuspielen, weil wir Geld bekommen. Die Karte sagt quasi aus, wir nehmen uns so ein Kreditplättchen für 30. Für jedes Kreditplättchen, was wir haben, bekommen wir am Ende des Spiels 30 Negativpunkte oder müssen wir 30 Dollar zahlen. Es ist außerdem wichtig, wohin wir das spielen. Und wir können es auch nicht in nicht freigeschaltete Spalten spielen. Denn ja, wir bekommen noch einmal das Einkommen des höchsten Einkommensmarkers in der jeweiligen Spalte, die wir erreicht haben. Das heißt, wenn ich das hier hinlegen würde, würde ich noch einmal 1 Dollar bekommen. Wenn ich es hier hinlegen würde, würde ich jetzt zurzeit einmal 3 Dollar bekommen. Egal, wie viele Steine da sind, es gilt immer nur das Höchste. Das heißt, ja, ich lege das jetzt hier hin, würde bekommen hier 3 Dollar. Außerdem bekomme ich dann hier so viel Geld, wie es hier diese Linie zeigt. Das heißt, jetzt habe ich sie auf diesen C-Slot gelegt oder zu diesem C-Slot. Da würde ich dann noch einmal 17 bekommen. Das heißt, ich muss am Ende 30 zahlen und habe jetzt mit dieser Aktion 20 Dollar bekommen, die ich mir dann einfach aus dem Vorrat nehme und mit denen ich dann im Laufe des Spiels arbeiten kann, die ich dann investieren kann. Ja, so macht das Sinn, manchmal einen Kredit aufzunehmen. Dann gibt es noch eine Aktionskarte, die uns unsere Bulldozer bewegen lässt, beziehungsweise die uns ja ein bisschen näher an den Startspieler kommen lässt. Und zwar können wir hier eine Batterie zahlen, wenn wir diese ja auch wieder an einen Slot spielen. Hier gibt es auch neue Kosten, die wir bezahlen müssen und das müssen wir auch bezahlen. Das ist ja nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Das heißt, es macht Sinn, die hier oben hin zu spielen, damit die Kosten möglichst gering sind. Das heißt, hier müsste ich jetzt 2 Dollar zahlen und dann kann ich eine Batterie ausgeben, die ich jetzt im Moment nicht habe. Also könnte ich die Aktion gar nicht machen, aber sagen wir mal, ich hätte eine. Könnte ich ausgeben und dann kann ich entweder einen Bulldozer zweimal bewegen oder ich könnte zwei Bulldozer einmal bewegen. Außerdem kann ich meinen Startspieler-Marker oder meinen Reihenfolge-Marker hier auf das unterste nächstfreie Feld legen. Das würde bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende Startspieler werde, sehr hoch ist. Das bedeutet nicht, dass ich automatisch Startspieler bin, da komme ich dann auch gleich nochmal zu, aber die Wahrscheinlichkeit steigt enorm. Das ist hier diese Bulldozer-Karte. Und dann gibt es noch zwei Karten, die so ein bisschen kombinierte Aktionen von dem sind, was ich eben schon gezeigt habe, beziehungsweise das hier ist einmal die gleiche Aktion. Die haben wir nochmal, die wir schon vorhin erklärt haben. Und hier haben wir noch eine Aktion, da können wir entweder einen Windpark bauen oder einen Strommast bauen oder ein Standardvertragsplättchen erfüllen. Und je nachdem, was wir dann von der Aktion machen, sind die Kosten dann natürlich unterschiedlich. Oder wir müssen unterschiedliche Voraussetzungen haben, Bulldozer, Strommasten in der Region etc. Das sind im Grunde genommen alle Aktionen, die ihr machen könnt, ist relativ übersichtlich. Jetzt kommen wir einmal zu den einzelnen Boni, die es hier noch gibt. Denn wir haben noch längst nicht alles gezeigt. Es gibt hier zum einen Boni, wenn ihr mit euren Einkommensmarkern über bestimmte Schwellen geht, und zwar immer mit dem ersten Einkommensmarker. Hier könnt ihr quasi, wenn ihr das erste Mal auf diese grüne Spalte kommt, könnt ihr euch eine Karte hier aus der Auslage nehmen. Da könnt ihr entweder eine offene Aktionskarte nehmen oder eine verdeckte vom Stapel, die ihr dann auch direkt zur Verfügung habt. Das sind einfach im Grunde genommen die gleichen Aktionen, die ich euch eben schon gezeigt habe. Ein bisschen abgewandelt, ein bisschen stärker teilweise. Oder ihr nehmt euch hier so eine Wertungskarte. Und mit diesen Wertungskarten könnt ihr in den Einzelwertungen oder in der Endwertung ja nochmal punkten. Damit könnt ihr ja vielleicht eure Mehrheiten nochmal erhöhen, je nachdem, wie ihr sie ausspielt. Diese Wertungskarten sind immer unterteilt in einmal hier in so einem einmaligen Ding oder für so einen Bonus, den ihr für die Mehrheitenwertung benutzen könnt. Wenn ihr eine Karte gezogen habt, werden die anderen Karten ja wieder aufgedeckt, sodass wieder drei offene Karten hier liegen. Dann gibt es noch weitere Boni, die ihr hier auf dem Netz-Tableau freischalten könnt. Und zwar immer, wenn ihr einen Transformator wegnehmt, beziehungsweise ein Vertragsplättchen irgendwo hinlegt, bekommt ihr dann den abgebildeten Bonus. Das kann auch wieder eine Karte sein, das können Batterien sein, das kann ein Einkommensschritt sein von den Symbolen, die ihr hier hinlegt, also die auf dem Vertragsmarker abgebildet sind. Das kann Energie sein. Also da gibt es die verschiedensten Boni, die ihr freischalten könnt. Aber ihr müsst auch darauf achten, dass ihr ja für Wege, die ihr benutzt, also wenn ihr hier so eine Verbindung schafft, auch teilweise Energie zahlen müsst. Und ihr müsst natürlich weiterhin darauf achten, dass die Strommasten ja euren Bereich, dieses Netz-Tableaus freischalten. Guck mal, hier hinten bekommt ihr auch noch, wenn ihr Strommasten baut, ja solche verschiedenen Boni. Und ganz wichtig, diese beiden Strommasten hier, die ihr hier bauen könnt, und auch der erste Strommast, schalten teilweise erst bestimmte Vertragsarten frei, bestimmte Einkommensarten. Das heißt, mit dem ersten Strommast, den ich baue, dafür schalte ich diese Industrie- und dieses Tourismus-Ding frei. Das heißt, vorher könnt ihr auch gar keine Verträge dieser beiden Arten erfüllen. Das dürft ihr gar nicht. Außerdem dürft ihr auch nur am Anfang des Spiels Verträge in A und B Zonen erfüllen. Mit dem dritten Strommast hier schaltet ihr die Gewerbegebäude frei, die Gewerbeverträge. Und mit dem vierten Strommast schaltet ihr dann auch endlich die Zone C frei. Und dann dürft ihr auch endlich in Zone C, ja, eure Sachen bauen. Ihr dürft ihr Verträge erfüllen, beziehungsweise wir haben es so gespielt, dass man die Sachen auch schon vorher bauen darf, aber die Verträge noch nicht erfüllen darf. Es ist nicht ganz, ganz klar in der Anleitung angegeben, aber wir glauben, dass das so richtig ist. Da könnt ihr ja nochmal in die Comments schreiben, ob ihr das anders seht. Aber ja, dieser Strommast schaltet im Grunde genommen nur die Verträge frei, aber nicht die Zone, ob ihr da Bulldozer reinstellen könnt oder das bauen könnt. Ja, das ist davon unabhängig. Das waren schon die einzelnen Standardaktionen. Standardaktionen. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen anderen beiden Variationen, die ihr habt. Also das heißt, wenn ihr eine Aktion macht, müsst ihr nicht unbedingt eine Karte spielen. Ihr könnt auch alle eure Karten zurücknehmen. Das ist auch eine Aktion, die ihr machen könnt. Das heißt, alle Karten, die ihr hier gespielt habt, würdet ihr dann wieder auf die Hand bekommen. Auch die Verbindungsplättchen, die ihr auf den Karten hattet, die werden dann wieder frei. Die könnt ihr dann auch wieder benutzen das nächste Mal. Und ihr müsst dann einen Schritt auf dieser Zeitleiste gehen, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr diese Aktion gemacht habt. Das heißt, solltet ihr eure Karten ja zurückholen. Das würde das Spiel beschleunigen. Außerdem ist es auch so, genauso wie bei der Aktion, wo ihr euch den Startspieler holt, setzt ihr euren Marker, falls er nicht sowieso schon unten ist, auf das nächstfreie Feld hier links, was die Chance erhöht, dass ihr Startspieler werdet. Und dann gibt es noch eine dritte Aktion. Das ist einfach die, ja, die passen Aktion. Das sollte man möglichst vermeiden. Das ist auch, ihr setzt euren Marker hier wieder runter, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr bekommt einfach eine Batterie. Das ist so ein bisschen die Loser-Aktion. Sollten dann alle Spieler gepasst haben oder ihre drei Aktionen durch haben, kommen wir dann in die Konsolidierungsphase, die auch hier im Kleinen einmal abgebildet ist. Das ist relativ einfach, was nun gemacht wird. Zum einen werden alle Aktionsmarker wieder zurückgelegt. Dann bekommt jeder Spieler eine Karte wieder, und zwar die am weitesten rechts befindliche Karte aus einem der beiden Slots. Das heißt, ja, würde das jetzt so aussehen, ich habe irgendwie am Ende des Spiels, ich hatte hier meine drei Aktionen gemacht, habe hier drei Karten gelegt, kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich mir diese Karte zurückhole oder diese Karte. Ich entscheide mich dann, ja, für diese Karte. Dann bekomme ich auch gleich mein Verbindungsplättchen hier wieder. Und das ist es. Wenn ihr natürlich als letzten Zug vielleicht diese Aktionen gemacht habt, wo ihr alle eure Karten wieder bekommt, habt ihr keine Karten mehr und könnt dementsprechend dann auch keine Karten mehr zurückholen. Dann im dritten Schritt produziert ihr Batterien. Und zwar produziert ihr immer genau so viele Batterien, wie hier grüne Felder abgebildet sind. Das heißt, das Bauen von Strommasten erhöht eure Batterieproduktion. Da gibt es unterschiedliche Regeln, die ihr nutzen könnt. Die einfache Regel ist, ihr könnt also so viele Batterien hier, ja, storen, wie ihr wollt und die auch horten. Es gibt eine Regel für ein bisschen, ja, schwierigere Spiele. Da braucht ihr dann hier Slots und könnt nur so viele Batterien horten, wie ihr hier auf eurem Netztableau lagern könnt. Aber ja, ich würde jetzt eine Batterie zur Produktion bekommen. Die kann ich mir dann einfach nehmen. Das wird auch in Spielereihenfolge abgehandelt, denn ja, jede Konsolidierungsphase muss von einem Spieler komplett abgehandelt werden. Denn es gibt ja nicht so viele Batterien und ja, wer keine Batterien mehr bekommt, der geht dann einfach leer aus. Dann bekommen wir Einkommen im vierten Schritt. Einkommen könnt ihr einfach anhand eurer Einkommensmarker ausmachen. Ihr bekommt einfach so viele Einkommen für jeden Einkommensmarker, wie hier unten abgebildet ist. Das ist auch relativ einfach. Und dann geht euer Marker hier auf der Zeitleiste noch ein weiter vor. Das heißt, solltet ihr ja diese zweite Option gemacht haben innerhalb der Runde, dann habt ihr zwei Schritte mit eurem Marker gemacht. Und wenn alle durch sind mit ihrer Konsolidierungsphase, wird geschaut, ob eine Wertung stattfindet, beziehungsweise es wird dann noch die Spielereihenfolge angepasst vorher. Die Spielereihenfolge passen wir folgendermaßen an. Es ist so, dass wir erstmal schauen, wer hier unten auf diese unteren Felder gegangen ist. Und diese Personen, die werden erstmal potenziell Startspieler. Also wenn das beide Spieler gemacht haben, dann wird geguckt, wer hier auf der Leiste am weitesten vorne ist. Und derjenige, der am weitesten vorne ist auf der Leiste, der wird dann Startspieler. Das wird erstmal in der Reihenfolge ausgemacht. Und die anderen folgen dann in der Reihenfolge, wie sie dann da oben noch sind, beziehungsweise wie sie dann auch hier auf dieser Leiste sind. Das heißt, ich setze mich hier nach unten, ist einfach nur eine Priorität, wann ich ausgezählt werde. Und wenn ich keinen Passenzug gemacht habe und immer noch hier oben bin auf der Leiste, dann wird erstmal ein zweiter Schritt erst geguckt, wie ich auf dieser Leiste stehe. Ja, es ist so, dass die Plättchen, die oben auf anderen Plättchen stehen, als weiter vorne gelten. Das heißt, wenn man später nach vorne gegangen ist, hat man bessere Chancen, Startspieler zu werden. Das ist die Spielereihenfolge, die dann angepasst wird. Das heißt, wenn das so aussieht, wäre Gelb jetzt Startspieler. Und danach kommt eine Wertungsphase gegebenenfalls. Und zwar kommt erst eine Wertungsphase, wenn alle Spieler einen Wertungsschritt hier übersprungen haben, beziehungsweise überschritten haben. Das heißt, wenn alle Spieler eine gewisse Schwelle erreicht haben, wird eine Wertung ausgeführt. Und da gucken wir einmal, was wir hier werten. Hier in diesem Standardbrettchen, in dieser Erstwertung, werten wir die Symbole, die wir aus den unterschiedlichen Branchen hier haben. Und zwar diese vier Symbole. Und zwar nur aus dem A-Sektor, die auf euren Verträgen abgebildet sind. Und auch die hier, die ihr hier gesammelt habt als Symbole, mal den Einkommensmarker, mal der Dollarzahl, die euer Einkommensmarker zeigt. Da könnt ihr dann einfach ein bisschen Geld sammeln. Und hier bei der zweiten Wertung, das würde dann für den Sektor oder für die Zonen A, B und C gelten, bekommt ihr nur, wenn ihr die Mehrheit an Symbolen in euren Verträgen und hier in Symbolen auf euren Karten oder auch auf euren Strommastbonusplättchen habt, dann einmal das Einkommen. Das wird dann auch nicht multipliziert mehr. Und hier der Endwertung, da kommen wir dann gleich nochmal zu, gibt es dann noch zusätzlich Punkte, beziehungsweise zusätzlich Geld. Wenn die Zwischenwertung vollzogen wurde, geht es einfach weiter in eine neue Runde. Wir haben wieder drei Aktionen zur Verfügung. Und das machen wir dann so lange, bis dann ja alle Spieler hier dieses Ziel erreicht haben, dieses Feld auf der Zeitleiste erreicht haben. Und dann kommt noch eine Schlusswertung, zu der wir jetzt einmal kommen. In der Schlusswertung werden diese beiden Plättchen hier gescored. Einmal wird hier geguckt, zum Beispiel bei diesem Plättchen, wie viele Strommasten man in A gebaut hat. Da bekommt man dann einfach 5 Dollar für jeden Strommast, den man da gebaut hat. Und dann gibt es hier noch eine Mehrheitenwertung. Also es gibt auf jedem Plättchen immer eine Einzelwertung, wo man einfach Geld für bestimmte Sachen bekommt. Und eine Wertung, bei der man das meiste von irgendwas haben muss, da bekommt man auch nochmal Geld für. Außerdem muss in der Wertungsphase, müssen die Kredite zurückgezahlt werden. Das heißt, für jeden Kredit, den man sich genommen hat, muss man 30 zurückzahlen. Dann gibt es noch Strommastbonusplättchen aus dem Sektor C, die einem dann nochmal Geld geben. Die Werten, die wertet man aus. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, Karten auszuspielen. Diese hat man auch in den Zwischenwertungsphasen. Da kann man dann einfach Karten ausspielen, um entweder seine Anzahl von Symbolen zu erhöhen oder um einfach nochmal Geld einzusammeln für seine Einkommensmarker. Da kann man sich dann immer entscheiden, was man haben möchte. Hier zum Beispiel gibt es nochmal Geld für das C-Vertragsplättchen, was am weitesten rechts in seinem Netztableau liegt. Da gibt es hier unterschiedliche Symbole. Und das Ganze wird auch relativ gut erklärt in diesem kleinen Referenzheft, was man hier bekommt. Also die Ikonografie ist wirklich sehr gut. Und man hat hier einen sehr guten Überblick über alle Bonusplättchen, über alle Sonderplättchen, über alle Aktionskarten, über alle Wertungskarten. Und mit diesen, ja, könnt ihr euch so ein bisschen lang hangeln. Jedes einzelne Symbol jetzt zu erklären, würde tatsächlich ein bisschen zu weit führen. Aber ich glaube, rundum habe ich das Spiel einigermaßen erklärt. Und ihr könnt einfach direkt mal losspielen und, ja, solche kleinen Fragen, was dann Symbole angeht, dann auch noch während der Partie einmal klären. Dann vielleicht zum Schluss nochmal, ich bin gar nicht hier auf diese Hakenplättchen eingegangen. Diese Hakenplättchen sind einfach dazu da, um hier diese Verbindungen, falls ihr, ja, solche, so eine Verbindung schafft zwischen zwei Transformatoren, das einmal abzudecken. Dass ihr die Bedingungen erfüllt habt, dass ihr die Kosten bezahlt habt, ne, wenn ihr die Transformatoren hier auf das Board stellt und Verträge erfüllt. Ja, einfach nur dazu da, um euch dazu, daran zu erinnern. Ansonsten haben die keinen großen Effekt. Dann zum Schluss noch ein kleiner Nachtrag für einige Nicht-Standard-Aktionen. Wir haben hier zum Beispiel auch noch eine Aktionskarte, mit der man diese Solaraufträge erfüllen kann. Diese Solaraufträge, die liegen hier in diesem Bereich aus. Und solltet ihr so eine Aktion machen, dann könnt ihr immer einen Solarauftrag erfüllen. Das funktioniert genauso wie mit den Standardaufträgen, nur dass ihr hier nicht auf irgendwelche Zonen gebunden seid. Das sieht man auch daran, dass die Karte hier grau ist. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, diese Solaraufträge zu erfüllen durch Boni. Und dann ist es so, ihr nehmt euch immer das am weitesten, ja, zum Pfeil freiliegende Solarplättchen hier, welches ihr erfüllen könnt. Und das kostet auch keine Energie, beziehungsweise das kommt ein bisschen darauf an, wie ihr die Aktionen macht. Also hier mit dieser Aktionskarte könntet ihr ein normales erfüllen für drei Energie oder hier so ein Doppelplättchen mit zwei Pfeilen für zwei Batterien. Und ja, guckt man hier einfach drauf. Es gibt hier solche mit einem Pfeil, es gibt hier welche mit zwei Pfeilen und dann nehmt ihr euch das am weitesten links befindlich. Ihr müsst euch quasi immer hier entlang hangeln und legt das dann genauso wie die anderen Verträge auch auf euer Netztableau. Dann vielleicht noch ein zweiter Zusatz. Es gibt hier diese beiden, ja, Leisten, die hier auf diesem Stromnetztableau liegen oder bei diesem Stromnetztableau liegen. Die bekommt ihr durch solche Bonus, Strommastbonusplättchen und die sind dazu da, hier eure Leisten abzudecken, um die Kosten etwas zu reduzieren für entweder eure AB-Aktion oder eure BC-Aktion, also für den oberen Slot oder für den unteren Slot. Davon gibt es zwei Bonusplättchen hier auf dem Strommasttableau. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, durch so ein Strommastbonusplättchen hier dieses zusätzliche Verbindungsplättchen zu ergattern. Das sind nochmal so kleine Gimmicks, die es im Spiel gibt, durch Sonderaktionen sich so ein paar kleine Vorteile zu erschaffen. Aber ansonsten war es das mit der Regelerklärung und ich hoffe, ihr könnt direkt losspielen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Comments. Puh, das war es mit der Regelerklärung. Hat dann doch etwas länger gedauert. Das ist ja auch kein kleines Spiel. Ich hoffe, ihr könnt jetzt einfach direkt losspielen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Partie. Wenn ihr, wie gesagt, noch Fragen habt, schreibt gerne in die Comments, dann versuchen wir das alles zu klären. Und ansonsten würde ich mich natürlich über eure Unterstützung hier auf meinem Kanal freuen, indem ihr einfach ein Abo dalasst. Macht die Glocke an, schaut meine Videos und kommentiert fleißig. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Einmal eine Top-Liste hier oben mit zehn Spielen, die ich gekauft und bereut habe. Und hier unten dann ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist da was für euch dabei. Ansonsten stöbert einfach so ein bisschen auf meinem Kanal rum. Ich habe sehr viele Brettspiel-Videos hier. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!